Erkrankte Schalke-Legende Rudi Assauer leidet seit Jahren unter einer Demenzerkrankung. Seine Tochter spricht in einem Interview über den aktuellen Zustand ihres Vaters. Und macht dabei wenig Hoffnung auf Besserung. Bei Fußball-Bondesligist Schalke Null verwächst die Sorge um den an Alzheimer erkrankten Ex-Manager Rudi Assauer. Laut Aussagen von Assauers Tochter Bettina Michel im Reviersport hat sich der gesundheitliche Zustand des 74-Jährigen zuletzt weiter verschlechtert. Er ist einem sehr, sehr weiten Stadium. Da müssen wir uns nichts mehr vormachen, zitierte das Blatt die Assauer Tochter. Wie Michel bei einer Aufführung des Dokumentarfilms mache. Mensch! Legende im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund weiterberichtete, sei inzwischen auch die Motorik des früheren Profis angegriffen. Die regelmäßigen Besuche Assauers von Schalke spielen in der heimischen Welt ins Arena sind demnach nicht mehr möglich. Seine Demenzerkrankung ist seit 2012 bekannt. Auf Schalke war der Saarländer von 1981 bis 1986 sowie von 1993 bis 2006 als Manager tätig. In seine zweite Amtszeit bei den Königsblauen fielen der UFA Cup Triumph 1997 sowie die Erfolge 2001 und 2002 im DFB-Pokal. Maßgeblich war Assauer, der zurückgezogen in Hetten lebt, außerdem am Bau der Arena auf Schalke beteiligt. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Ihr Community Team Also, machen Sie auch auf Ihre Aufmerksamkeit. Also, die Schalke beteiligt.